Für eine Holding bin ich ja viel zu klein. Diese Aussage höre ich regelmäßig in Beratungsgesprächen, doch das stimmt nicht. Dass du bereits als Selbstständiger oder Unternehmer mit deiner Einpersonengesellschaft über die Gründung einer Holdingstruktur nachdenken solltest, das zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Roman Jagelsberg, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre Steuerbelastung und Firmenstruktur optimieren möchten. Und wenn man an so eine optimierte Firmenstruktur denkt, dann kommt man in der Regel an einer Holdingstruktur kaum vorbei. Und genau darum geht es jetzt in diesem Video. In den Beratungsgesprächen mit neuen Mandanten kommt sehr häufig die Frage, ob denn das eigene Unternehmen nicht zu klein für so eine Struktur mit eigener Holdinggesellschaft sei, denn die Konstruktion ist ja sehr aufwendig und verursacht auch enorme Kosten. Die Antwort auf diese Frage hängt natürlich, wie so immer, von der persönlichen Situation des jeweiligen Mandanten ab. Wenn du jedoch schon eine erfolgreiche GmbH besitzt oder ein sehr gut gehendes Einzelunternehmen betreibst, bei dem du schon zu viel Steuern bezahlst, unter Wechsel in eine GmbH dann die logische Konsequenzwerte, die logische Folgewerk, dann kann eine Holding für dich bereits jetzt schon Sinn machen. Dein strategischer Steuerberater berechnet dir dann gerne deine mögliche Steuersparnis, die diese Konstruktion für dich bringen würde. Was genau ist jetzt eigentlich eine Holding? Eine Holdinggesellschaft ist im Grunde nichts anderes als eine ganz normale Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Hierfür gelten dieselben Vorschriften bezüglich Kapitalausstattung wie bei jeder anderen GmbH. Diese Gesellschaft wird auch ganz regulär gegründet, entweder über einen Notar oder Rechtsanwalt oder elektronisch über das Unternehmer-Service-Portal. Ich empfehle dir die Konsultierung eines Juristen, das heißt eines Rechtsanwalts beziehungsweise eines Notars für die Gründung. Denn da bekommst du einen ordentlichen Gesellschaftsvertrag, rechtliche Beratung und außerdem benötigen wir den Juristen dann ja auch noch für den zweiten Schritt, nämlich die Verbindung deiner operativen Gesellschaft mit der Holding beziehungsweise auch bei der Gründung einer operativen GmbH und gegebenenfalls einer Einbringung deines Einzelunternehmens in diese neu gegründete GmbH. Wie so etwas funktioniert, also wie das Einzelunternehmen in eine GmbH reinkommt oder wie ich eine bestehende GmbH mit einer Holding verbinde, dazu habe ich bereits schon einige Videos auf unserem Kanal veröffentlicht. Schaut euch die gerne an. Die Holding ist somit grundsätzlich eine GmbH wie jede andere auch. Sie übernimmt nur eine andere Funktion in dieser Unternehmensstruktur. Zum Beispiel eine operativ tätige Handelsgesellschaft oder eine Immobilien-GmbH macht was anderes. Die Holdinggesellschaft macht wieder was anderes. Jeder hat seine eigenen Aufgaben in diesem kleinen Konzern, in dieser Unternehmensgruppe. Wurde deine Holdinggesellschaft nun im Firmenbuch dann eingetragen nach der Gründung, dann existiert sie offiziell, sprich mit Eintragung existiert die GmbH. Im nächsten Schritt müssen wir uns dann um die steuerliche Registrierung der Gesellschaft kümmern. Das ist dann unsere Aufgabe steuerliche Vertretung. Damit die neu gegründete GmbH dann nicht leer bleibt, müssen wir sie zum sogenannten Holding machen. Das heißt, wir benötigen daher nun eine oder mehrere Beteiligungen in dieser Gesellschaft. Und entweder ihr beteiligt euch jetzt an einer bereits bestehenden Gesellschaft. Das heißt, ihr kauft hier Anteile. Was natürlich aber viel häufiger vorkommt, wäre, ihr bringt eure bestehenden Anteile, die ihr schon an einer GmbH habt, die bringt ihr in eine Holding ein. Oder ihr gründet mit der Holding erst die Tochtergesellschaft. Da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Wenn du bereits GmbH-Gesellschafter bist und diese Anteile, die du jetzt bereits am operativen GmbH hältst, in die Holding übertragen möchtest, dann schau dir unbedingt unser Video dazu an. Wir werden euch das hier oben verlinken. Denn wenn das nicht sauber durchgeführt wird, kann das, das ist ganz wichtig, kann das wirklich eine enorme und vor allem teilweise sogar existenzvernichtende Steuerbelastung auslösen. Nehmt das bitte ernst. Besprecht das mit einem Steuerberater. Das muss sauber durchgeführt werden. Welche Vorteile bietet jetzt nun eine Holdingstruktur? Die Gesellschaftsstruktur eben mit einem eigenen Holding hat meiner Meinung nach zwei unschlagbare Vorteile. Vorteil Nummer eins, die Vermögensabsicherung. Du kannst mit Hilfe dieser Struktur Vermögen vom operativen Betrieb trennen und so dein Vermögen vor Verlust absichern, weil du es in Sicherheit bringst, quasi in die Holding. Und Punkt zwei, die Steuersparnis. Mithilfe einer Holdingstruktur bekommst du steuerschonend Geld aus der operativen Gesellschaft heraus in die Holding. Und mit diesem Geld kannst du, da kann die Holding dann neue Projekte finanzieren. Zum Beispiel in Immobilien investieren oder auch in einige andere Sachen auch noch. Wichtig ist jedoch, dass die Holding keinen operativen oder keiner operativen, keiner gewerblichen Tätigkeit nachgehen soll. Die Holding ist der Kopf des Ganzen. Wir werden das jetzt gleich aufskizzieren. Das heißt, die Holding als Kopf dieses Konstrukts ist quasi auch deine eigene Bank. Und die sollte keinem Risiko ausgesetzt werden, denn dafür ist sie zu wertvoll. Bevor wir uns nun jetzt anschauen, wie so eine Holdingstruktur idealerweise aufgebaut ist und wie diese Konstruktion dir dabei helfen kann oder helfen wird, bin ich mir ziemlich sicher, steuerschonend dein Vermögen abzusichern, abonniere an seinen YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Dann schauen wir uns jetzt an, wie so eine Holdingstruktur aufgebaut ist, aber vorher möchte ich noch zeigen, wieso das so viel Sinn macht, das Ganze über eine Holding zu spielen. Schauen wir uns mal an, was passieren würde, wenn wir keine Holdingstruktur haben. In dem Fall bist du als Gesellschafter, als Gesellschafterin und hast deine operative GmbH. Du bist hundertprozentig beteiligt an dieser Gesellschaft und möchtest jetzt auch das Vermögen vom operativen Betrieb trennen. Das heißt, wir haben in der operativen Gesellschaft einen Gewinn, den wir uns rausholen wollen. Das heißt, angenommen, wir haben hier 100.000 Euro, die wir als Gewinnausschüttung ausbezahlen möchten. Das soll eine Gewinnausschüttung werden. Antich als Gesellschafter, das bedeutet, wir nehmen der Gesellschaft, wir entnehmen der Gesellschaft Vermögen. Die operative GmbH hat dann weniger Vermögen, was auch weniger Risiken bedeutet, sollten hier irgendwann mal Probleme aufkommen. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben eine Gewinnausschüttung, wir zahlen die an die Gesellschafterin, an den Gesellschafter aus. Welche Konsequenzen hat das steuerlich? Wir haben hier einmal das Problem, dass wir 27,5% Kapitalertragssteuer abführen müssen. Das heißt, von den 100.000 Euro gehen wir als 27.500 an Kapitalertragssteuer an den Finanzminister. Das heißt, die Nettoausschüttung, das Kapital, das euch wirklich zufließt als Gesellschafter, sind dann nur mehr 72.500. Die Nettoausschüttung, die 72.500 kommen wirklich bei euch an. Und Problem 2, was wir noch haben, wenn wir eine Gewinnausschüttung machen an dich als Gesellschafter und du bist in dieser operativen GmbH auch Geschäftsführer, die operative GmbH ist auch Wirtschaftskammermitglied, dann ist diese Gewinnausschüttung an dich auch noch sozialversicherungspflichtig. Das heißt, die Gewinnausschüttung wird auch noch einbezogen in deine Sozialversicherungsbemessungsgrundlage. Und jetzt ganz neu kommt auch noch dazu, wenn du nur Gesellschafter der GmbH bist, ohne Geschäftsführerstellung, du bist jedoch pflichtversichert nach dem GSVG, dann wäre auch in diesem Fall die Gewinnausschüttung in deine Sozialversicherungsbemessungsgrundlage mit einzubeziehen. Das heißt, wir haben den großen Vorteil, wir entnehmen der GmbH Kapital, die Haftungsmasse reduziert sich, auf legalem Wege natürlich, wir haben hier keine verboten Einlagenrückgewehr, wenn wir eine saubere offene Gewinnausschüttung durchführen, wenn diese auch rechtlich möglich ist natürlich vorausgesetzt. Aber wir haben die zwei großen Nachteile, dass wir Kapital oder auch Steuern bezahlen müssen und Sozialversicherungsbeiträge. Und jetzt schauen wir uns an, wie hilft uns die Holdingstruktur dabei, die Vorteile zu nutzen, aber ohne diese Nachteile. Wir haben jetzt nochmal hier, dich als Gesellschafter. Du bist an der GmbH beteiligt, allerdings jetzt nicht direkt an der operativen GmbH, sondern an der Holdinggesellschaft. Und die Holdinggesellschaft ist Gesellschafterin der operativen GmbH. Das heißt, wir haben hier eine zweite Ebene eingezogen. Wie gesagt, der Zusammenschluss der operativen Gesellschaft mit der Holding muss gut durchdacht werden und unbedingt mit Begleitung eines Steuerberaters durchgeführt werden. Jetzt haben wir diesen Zusammenschluss und wollen jetzt natürlich auch wieder eine Gewinnausschüttung durchführen. Das heißt, wir wollen von der operativen GmbH 100.000 Euro ausschütten. Das soll die Gewinnausschüttung werden. Da wir aber jetzt von einer operativen Gesellschaft, von einer GmbH an eine andere GmbH ausschütten, die mindestens 10% beteiligt ist, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann haben wir keine CAST. Das heißt, die Gewinnausschüttung ist Kapitalertragssteuer befreit. Somit ist auch die Nettoausschüttung 100.000 Euro. Bedeutet, das was ich unten ausschütte, kommt auch oben genau in gleicher Höhe an. Wir haben auch keine Sozialversicherungsbeiträge, weil die Holdinger nicht sozialversichert nach dem GSVG ist. Eine Holding kann nicht krank werden, kann nicht die Pension gehen, kann auch keinen Unfall haben. Somit brauchen wir sie auch nicht zu versichern in dieser Hinsicht. Das bedeutet jetzt, das Geld kommt oben an und kann dann natürlich in der Holding weiter investiert werden. Das ist der riesengroße Vorteil. Das heißt, mit diesem Konstrukt spare ich mir, wenn wir jetzt darauf schauen, hier haben wir die 27.500 CAST. Ich erspare mir bei diesem Vorgang 27.500 Euro, die ich in der Holding zur Verfügung habe. Das ist Investitionskapital, das ich sinnvoll anlegen kann. Hätte ich mir als Privat ausgeschüttet, hätte ich zwar das Geld entversteuert im Privatvermögen, das ist hier noch nicht entversteuert, aber ich habe jetzt um 27.500 Euro mehr Kapital zur Verfügung und ich zahle darauf auch gar keine Sozialversicherungsbeiträge. Also das sind meiner Meinung nach zwei sehr, sehr große Vorteile. Und was kann die Holding jetzt machen mit dem Geld? Die Holding kann jetzt in dieser Gesellschaft sagen, okay, ich bin jetzt die Bank und finanziere neue Projekte. Ich könnte sagen, okay, gut, ich gründe jetzt eine eigene Immobiliengesellschaft. Die ist auch eine hundertprozentige Tochter der Holding und die Holding borgt der Immobiliengesellschaft zum Beispiel 100.000 Euro, die haben wir ja gerade bekommen, als Darlehen. Und die Immobiliengesellschaft kann damit in Immobilien investieren. Und das Spiel können wir so machen und damit können wir sehr, sehr steuergünstig, nämlich ich zahle nur einmal die Körperschaftssteuer in der operativen GmbH, die ja heuer jetzt im Jahr 2023 24 Prozent beträgt. Nach Steuern kann ich das Geld eigentlich rüberschieben in die Immobilien-GmbH, alles auf legalem Weg, ich mache eine saubere Gewinnunschüttung. Danach gibt die Holding entweder ein Darlehen oder eine Gesellschaft eine Einlage in dieser Höhe in die Immobiliengesellschaft und kann dort investieren. Und somit kann ich mich steuerschonen, mein Vermögen aufbauen und erweitern, weil das Geld noch nicht komplett versteuert ist und ich somit wesentlich mehr Vermögen aufbauen kann. Sozialversicherungsbeiträge fallen in dem Kreislauf auch keine an. Und in der Holding haben wir eben diese Gewinnunschüttung als Beteiligungsertrag und der große Vorteil ist, dieser Beteiligungsertrag ist steuerfrei. Das heißt, die Holding muss auch keine Körperschaftssteuer auf diesen Gewinn bezahlen, weil er ja eh schon unten in der operativen Tochter mit der Körperschaftssteuer besteuert wurde. Wie wir jetzt gesehen haben oder wie ich euch gezeigt habe, bietet diese Gesellschaftsstruktur sehr viele Vorteile. Für das Aufsetzen dieser Struktur reicht bereits ein erfolgreicher operativer Betrieb. Ein Ein-Personen-Betrieb ist ja vollkommen ausreichend. Es kommt dann nicht auf die Größe an, sondern auf die Profitabilität. Wenn du viel Gewinn machst, ist eine Holding sinnvoll, wie gesagt, um auch damit weiter zu investieren. Du musst kein großer Konzern oder keine große Unternehmensgruppe sein. Und jetzt reden wir über das Geld. Was kostet euch nun so eine Holdingstruktur? Naja, für die Umgründung, also den Zusammenschluss eurer bestehenden GmbH mit der neu gegründeten Holding, dass die so untereinander geschalten werden, könnt ihr mit der Kosten von 2.000 bis 3.000 Euro rechnen. Diese einmaligen Kosten sind dann für den Zusammenschluss der beiden Gesellschaften unbedingt notwendig. Und nochmal, das muss sauber durchgeführt werden. Nicht irgendwie abtreten, zu einem Euro übergeben, einlegen, schenken. Da kann steuerlich sehr, sehr viel an Belastung rauskommen. Bitte unbedingt mit einem Steuerberater durchführen. Der laufende Betrieb an einer Holding fuhrt in weiterer Folge jährliche Kosten von roundabout 2.500 Euro, so in dieser Größenordnung. Diese Kosten sind jedoch als Betriebsausgabe absetzbar und werden natürlich auch von der Holding selbst bezahlt. Betrachte diese Kosten, diese administrativen Kosten als Versicherungsaufwand. Die Holdingstruktur ist deine eigene Versicherung zur Absicherung deines erwirtschafteten Vermögens. Mit dem großen Vorteil, dass sich diese Versicherung nicht vor der Leistung drücken möchte. Wenn so eine Holdingstruktur für dich spannend ist und du wissen möchtest, ob diese Gestaltung auch für dich und deine persönliche Situation Sinn macht, melde dich gleich unter www.geschäftsführertraining.at an und wir schauen uns das gemeinsam durch. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.